Was ist die Reinigungsfirma? Wir sind sehr schnell, aber eine ordentliche Arbeit abzuliefern, ist nicht so Ihr Ding. Deswegen mein Rat an Sie, passen Sie lieber auf, bevor Sie sich für eine Reinigungsfirma entscheiden. Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen an. Baureinigung, Gebäudereinigung, Fensterreinigung, Gartenpflege, Gastronomiereinigung, Industriereinigung und Hausmeisterservice. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns und all den Reinigungsfirmen ist? Unsere Firma befindet sich in Neutraubling, also Umkreis Regensburg. Wir arbeiten ausschließlich in Regensburg und Umkreis Regensburg, also sind wir schnell vor Ort. Und wir lieben unsere Worte, das heißt, wir machen das, was wir Ihnen versprechen, beziehungsweise wir versprechen Ihnen nichts, woran wir uns nicht halten können. Wenn Sie neugierig geworden sind, würde ich Ihnen empfehlen, gleich zum Hörer zu greifen und uns unter der folgenden Telefonnummer anzurufen, falls Sie sofort ein Angebot für Ihr Objekt benötigen. Dann würde ich Ihnen noch empfehlen, sich auf unserer Seite hier kostenlos und unverbindlich anzumelden. Bei erfolgreicher Anmeldung bekommen Sie von mir zwei sehr wichtige Tipps, damit Sie ja keinen Fehler machen, wenn Sie auf der Suche nach einer geeigneten Reinigungsfirma für Sie sind. Diese Tipps werden Ihnen helfen, die Firma ausfindig zu machen, die optimal vom Preis-Leistungs-Verhältnis her zu Ihnen passt. Noch dazu bekommen Sie regelmäßige Infos zu diesem Thema auf Ihre E-Mail-Adresse zugesendet. Handeln Sie jetzt! Wie Sie wissen, Zeit ist Geld. Ihr Sinan Altintas